Ich habe gerade einen gemacht. Ja, ich komme gleich hinten. Ach, das sind Sie und Zufina der Tefte. Das Foto haben Sie mir zum letzten Geburtstag geschenkt. Zufina und Zufina. Stimmt, irgendwie. Stimmt, irgendwas nicht? Nein, alles gut. Wir sind wirklich hofft, die beiden. Seid mich doch. Du, ich habe übrigens eine Idee. Da ich ja wegen Güte das Termin schon wieder einen feinen Abend habe, könnten wir doch zusammen ins Kino gehen. Da läuft so eine britische Kommune hier, die wollte ich mir schon eh nicht ansehen. Ich weiß nicht. Komm, meine Kids sind hier unten und alleine mit Kino gehen macht auch keinen Spaß. Ja, gut. Dann um 8 Uhr. Okay, super. Und der Film, der soll ja auch total lustig sein. Der Hauptdarsteller, der Koderasel. Total sexy. Wir sitzen hier so ganz gemütlich zusammen und trinken Tee. Dabei wartet der Mann, dass wir ihn doch in der Akte, die er heute vergessen hat. Doch, ich soll sie ein ganzes Ding bringen. Baut sie mir und Kuh. Ach, ist das die hier? Ja, ich muss mich wirklich... Ja, dann auch von Kino. Okay, bis wir da. Okay? Die Kornos, der Rütti, hier raus. Oh, verdammt. Ich habe mich mein Gefühl also doch nicht getrogen. Die Soramina scheint wirklich die Gehebte des Schatzes zu sein. Oder warum grüßt die Insel vertraue ich mir eigentlich? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, ja.